Guten Tag, mein Name ist Dörte Göritz von der BGW und ich freue mich Ihnen heute Herrn Manfred Weisag, Geschäftsführer und Leiter des Berufsbildungswerkes Moosbach-Heidelberg, als Experten für berufliche Bildung vorzustellen, ebenso wie Dr. Martin Holler, der ist Leiter der Unternehmensentwicklung der Johannes-Diakonie in Moosbach und die beiden Herren erzählen uns heute etwas vom digitalen Wandel. Sind wir dafür eigentlich schon bereit? Sind wir ready to go? Ja, es ist eine berechtigte Frage und wir hoffen, dass wir heute im Lauf des Workshops diese Frage etwas beantworten können. Manfred, jetzt haben wir schon den Fakt, dass du stumm geschaltet bist. Ready to go? Jetzt müsste ich wieder hörbar sein. Ja. Gut, also, wer wir sind und was wir heute machen. Vielen Dank, Frau Göritz, Sie haben uns ja schon vorgestellt. Insofern können wir uns diese Hinweise noch auf uns sparen und wir würden jetzt zu dem Themen kommen für heute. Zunächst mal, was würden wir gerne erreichen? Wir würden Ihnen, wir wollen Ihnen das Konzept Digital Readiness vorstellen. Wir wollen nicht nur bei der Konzeption stehen bleiben, sondern Ihnen auch praktische Umsetzungsimpulse geben. Das heißt, Ihnen auch die Gelegenheit geben, Ihre Organisation einzuschätzen, beziehungsweise auch sich Gedanken zu machen, welches bei Ihnen konkret an Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrer Organisation der nächste Schritt wäre, damit die Digitalisierung voranschreiten kann. Und dazu, wir wollen uns diesem Thema nähern. Wir haben mit Frau Göritz abgesprochen, dass wir eine Pause machen nach ungefähr der Hälfte. Ob wir genau an der Hälfte oder etwas später dann die Pause machen, da würden wir Sie um die Flexibilität und Agilität bitten, die wir ja auch in der Digitalisierung brauchen. Aber wir werden die Pause auf jeden Fall dann machen. Also, was heißt eigentlich digitaler Wandel? Woran zeigt sich das? Was bedeutet Digital Readiness? Welche Dimensionen umfasst dieses Konzept? Und dann würden wir anhand einer Digitalisierungsspinne auch nochmal versuchen zu schauen, wo sind denn die Entwicklungsstufen und Entwicklungsstadium in Ihrer Organisation, um Ihnen dann auch die Möglichkeit geben, für sich einen kleinen Fahrplan zur Entwicklung von Digital Readiness zu geben. Das Ganze lassen wir dann in eine Schlussrunde einmünden, indem Sie dann auch nochmal von uns die Möglichkeit bekommen, so eine kleine Beratung oder Hinweise. Da sind dann auch die anderen mit eingeladen, im Sinne der kritischen Freunde Stellung zu beziehen. Dankeschön, Manfred. Und auch ein herzliches Hallo in die große, weite Welt, wo auch immer Sie sitzen, von meiner Seite. Ich möchte kurz mit etwas kleinem Biografischem anfangen. Ich will bei meiner Ausbildung beginnen. Eigentlich bin ich Geograf und die Frau Göritz hat mich vorgestellt als Leiter der Unternehmensentwicklung. Der Johannes Diakonien Moosbach ist ein relativ großer Träger, vor allem in der Eingliederungshilfe. Und oft landen bei den Unternehmensentwicklern allerlei Themen, also so ein richtig bunter Blumenstrauß, so auch das Thema Digitalisierung. Das war für mich am Anfang doch relativ schwierig, weil ich mir dann sofort dachte, brauche ich jetzt noch so ein Informatikstudium? Was ist denn eigentlich Digitalisierung? Und da musste ich mir wirklich erstmal ein Bild machen, damit ich da nicht auf den Holzpfad komme. Und deswegen ist es uns wichtig, an der Stelle erstmal grundlegend zu erörtern, was eigentlich digitaler Wandel bedeutet und was es auch bei uns in der Sozialwirtschaft bedeutet. Zunächst mal rein von der Definition her, das sehen Sie hier auch auf der Folie, kann man sagen, dass Digitalisierung erstmal einige Synonyme hat. Digitale Transformation kennen Sie vielleicht, digitaler Wandel, das sind alles so Synonyme, die es da gibt. Kann man natürlich auch streng unterscheiden, allerdings macht es in der Praxis gar nicht so viel Sinn. Was haben diese Begriffe gemeinsam? Die beschreiben Entwicklungen, Prozesse und die Treiber von diesen Prozessen sind technologische Innovationen, wie Computer, Hardware oder Software. Und die sind so wichtig und teilweise so bahnbrechend, dass dauerhaft die Wirtschaft oder auch die Gesellschaft geprägt sind von diesen technologischen Entwicklungen. Es gibt viele, die meisten haben wahrscheinlich gerade eins in der Hosentasche oder auf dem Tisch liegen, zum Beispiel auch das Smartphone. Das ist jetzt rein mal die Definition von Digitalisierung. Hier mal noch ein paar Spezifizierungen. Wir können bei uns in der Branche sagen, dass wir natürlich auch viele Herausforderungen haben, bei denen uns die Digitalisierung mit all ihren Komponenten helfen kann. Dinge umsetzen, Pflege besser machen, Arbeitsschutz besser machen, digitale Angebote machen und, und, und. Wird später auch noch einiges kommen. Und wir können sagen, dass wir in der Sozialwirtschaft oder Gesundheitswirtschaft je nach Unternehmen einen unterschiedlichen Stand haben in Sachen Digitalisierung. Die einen sind, Klammer auf, vermeintlich, Klammer zu, weit fortgeschritten. Manche haben Digitalisierungskoordinatorinnen oder Koordinatoren. Andere sind darauf angewiesen, dass externe Beratungen stattfinden zu dem Thema. Also die Möglichkeiten, mit dem digitalen Wandel umzugehen, hängen natürlich auch von den Ressourcen ab, aber auch davon, wie bereit man überhaupt ist, als Mensch, als mitarbeitende Person oder als Organisation, sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen. Wir haben deshalb dieses Thema auch gewählt, Ready to go, Digital Readiness. Das heißt ja übersetzt digitale Bereitschaft und stellen uns natürlich die Frage, ja wie bereit sind wir denn als Organisationen oder auch als Menschen, um diesen digitalen Wandel gut gestalten zu können. Was gut heißt, das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Branche. Wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Digitalisierung und unsere Branche sehr stark miteinander verknüpft sind. Und wir können auch festhalten, dass Digitalisierung, wenn man jetzt in die Geschichte reinblickt, in verschiedenen Stufen eingetreten ist und auch weiterhin in Stufen zutage treten wird. Hier auf der Folie sehen Sie mal verschiedene Wellen der Digitalisierung. Angefangen in den 2000er Jahren mit einer ersten Welle, als es darum ging, dass das Internet, das World Wide Web existiert. Hat der in den 90er Jahren dann schon angefangen oder verstärkt dann angefangen. In den 2000ern hat es sich dann sehr, sehr stark durchgesetzt, als dann nicht mehr per Minute abgerechnet wurde, wenn man im Internet war, sondern dann auch die ersten Flatrates entstanden sind. Abgelöst wurde dann diese Welle von der zweiten Welle des mobilen Internets. Momentan sind wir ja mittendrin in der dritten Welle, wo es um smarte Dinge geht, also das Internet der Dinge, Internet of Things. Und was momentan sehr en vogue ist und auch stark im Kommen ist, ist das Thema künstliche Intelligenz und Robotik. Das sind so Wellen der Digitalisierung, die momentan schon da sind, beziehungsweise immer stärker kommen. Also man kann hier auch Differenzierungen machen, Unterteilungen im Bereich der Digitalisierung. Auf dieser Abbildung sehen Sie, dass wir in unserer Branche oder in allen Branchen insgesamt in der Gesellschaft bei uns in der Bundesrepublik nichts sagen können, uns betrifft Digitalisierung nicht. Wir haben, das ist jetzt eine Abbildung Januar 2019, also noch nicht so lange her, in Deutschland etwas mehr als 82 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn man sich jetzt ein paar andere Zahlen anschaut, zum Beispiel die Mobilabonnements, also wie viele Handyverträge gibt es zum Beispiel, kommen wir auf einen Wert von fast 108 Millionen. Also es gibt mehr Handyverträge in Deutschland, mobile Verträge, als es eigentlich Personen gibt. Ja klar, manchmal hat man ein Geschäftshandy und noch ein privates oder sogar noch ein drittes. Gründe können ganz unterschiedlich sein. Fakt ist, das ist natürlich im Alltag angekommen. Die Internetnutzer, da liegt die Quote mittlerweile bei 96 Prozent. Es gibt ein paar Offlinerinnen und Offliner auch immer noch, manche, die das bewusst tun, manche, denen es einfach an digitalen Skills fehlt oder an digitaler Teilhabe fehlt. Die können aber sagen, dass das eigentlich eine eher aussterbende Person sind. Gerade wenn man die jüngeren Generationen sieht, man merkt, dass ohne Internet, ohne digitale Technologien das Leben gar nicht mehr so richtig funktionieren kann. Auch die Social-Media-Nutzung ist deutlich gestiegen. Da ist der Wert mittlerweile über 50 Prozent der Bevölkerung. Und die Personen, die das dann nicht am Desktop-PC machen, sondern online, sondern mit mobilen Geräten, der Anteil steigt natürlich auch. Das sind alles so Trends, die es da momentan gibt, beziehungsweise die eigentlich fast schon am Ende sind, weil sie schon wieder abgelöst werden durch andere Trends. Heißt für uns, Digitalisierung ist für uns gesellschaftlich in Deutschland ein wahnsinnig wichtiges Thema, wirtschaftlich genauso und wir kommen auch in unserer Branche nicht daran vorbei. So, Manfred, bitte. Ja, vielen Dank. Wir wissen, dass es in der gesellschaftlichen Entwicklung, in der Digitalisierung, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Also während es auf der einen Seite im Bereich KI wirklich riesige Fortschritte gibt, haben wir in der Sozialwirtschaft zum Teil schon noch Nachholbedarf. Auch da gibt es große Unterschiede in den einzelnen Unternehmen. Wir haben einige Schritte gemacht. Es gibt verschiedene Verbände, die sich inzwischen diesem Thema auch in der Sozialwirtschaft angenommen haben. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Teilweise bedeutet Digitalisierung aber auch, naja, wir haben jetzt mal Tablets gekauft, manchmal sogar unabhängig davon, ob es ein Konzept gibt, ob die entsprechenden Fähigkeiten bei den Mitarbeitenden da sind oder wir sind auch per Mail erreichbar. Das ist, wenn man überlegt, das ist jetzt eine Entwicklung, die ja schon über 20 Jahre, 30 Jahre zurückgeht, dass es die E-Mails gibt und dass immer noch diskutiert wird in den Unternehmen, übrigens auch bei uns immer wieder, wie verläuft Kommunikation, brauchen wir Mails oder Intranet oder haben wir Plattformen oder wie soll diese Kommunikation gestaltet werden. Da sieht man schon sehr, sehr große Entwicklungsunterschiede. Oder wir haben auch eine Internetseite. Das sind dann Erfolgsstories, wo man natürlich sagen muss, dass der Stand der Digitalisierung, Sie haben es gerade eben von Herrn Roller gehört, doch schon ein ganz anderer ist. Wir merken aber auch, und da hat uns auch die Pandemie etwas in die Karten gespielt, dass durch diese Herausforderungen eben auch diese Distanzkommunikation intensiver zu gestalten, dass wir da große Fortschritte gemacht haben. Wir haben bei uns im Unternehmen, also im Berufsbildungswerk, hatten wir vor vier Jahren schon gesagt, gut, wir wollen unsere Konkurrenzen, wir haben verschiedene Standorte, die über 40 Kilometer verstreut sind, wir wollen verstärkt Telefonkonferenzen einsetzen. Dann vor drei Jahren haben wir gesagt, naja gut, jetzt haben wir das gemacht mit den Telefonkonferenzen, wir wollen und haben dann auch eine bestimmte Anzahl genannt, wir wollen Videokonferenzen einsetzen. Inzwischen würde das nicht mehr in unserer Strategie auftauchen. Es ist selbstverständlich geworden, dass wir so jetzt Zoom oder andere Kommunikationsmedienkonferenzen einsetzen. Und da gibt es, da holpert es immer wieder, man stolpert auch immer wieder mal, aber im Grunde ist es jetzt gesetzt und zwar quer durch alle Mitarbeitenden durch. Wo gibt es Anknüpfungspunkte für die Sozialwirtschaft? Denn in der Sozialwirtschaft haben wir, und es steht ja auch in vielen Claims und in vielen Mottos, heißt es der Mensch im Vordergrund, der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, unser Anspruch ist es ja, dass wir mit und für Menschen arbeiten. Und da gibt es dann schon so einen Berührungspunkt, wo dann gefragt wird, Ja, Sozialwirtschaft, verfehlen wir nicht unseren Auftrag, unsere Aufgabe, wenn wir jetzt alles digitalisieren wollen. Und Sie sehen, wir haben einfach mal ein kleines Brainstorming gemacht, wo es auch in der Sozialwirtschaft unseres Erachtens Anknüpfungspunkte gibt. Sie sehen also Finanzierung, Kultur, Hardware, und ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Hier mal ein Bereich Pädagogik und Personalentwicklung, wo wir, also Herr Holler und ich, sehr stark vertreten, selbstverständlich geht es in der Pädagogik um Begegnung. Aber wenn wir die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, im Bereich E-Learning, im Bereich künstlicher Intelligenz, ist, wenn wir die nicht nutzen, wenn wir diese Möglichkeiten für uns nicht nutzen, aber eben damit auch unseren Teilnehmenden, unseren Schülerinnen und Schülern, Kundinnen und Kunden nicht nahe bringen, dann sind wir ein Teil von denen, die Teilhabe erschweren. Und insofern sagen wir also auch, Pädagogik nicht nur in der Pandemie muss auch diese Anknüpfungspunkte zur Digitalisierung suchen, sei es jetzt auch durch den Einsatz von virtuellen Klassenräumen oder durch andere Möglichkeiten, die dadurch gegeben sind. Und auch in der Personalentwicklung gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, zumindest bestimmte Aspekte, sicher nicht alle, aber bestimmte Aspekte über die Digitalisierung auch im Sinne der Mitarbeitenden abzubilden. Zum Beispiel, wenn wir in der Handelsdiagonie haben wir ein Tool eingeführt, in dem bestimmte Fortbildungen zugewiesen werden können, Pflichtfortbildungen. Und der Mitarbeitende kann das dann für sich selbst entscheiden, wann er diese Fortbildung macht, ist also deutlich flexibler und hat dadurch auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und so können wir jetzt diese verschiedenen Aspekte einzeln durchgehen. Das wollen wir aber nicht machen, sondern wir wollen jetzt zunächst mal im Sinne einer Balance Core Card eben diese verschiedenen Aspekte, die in der Steuerung eines Unternehmens wichtig sind, nochmal uns angucken. Also, wenn wir, und auch das ist ja ein Qualitätsmerkmal unserer sozialwirtschaftlichen Unternehmen, wenn wir nicht nur auf die Rendite und auf den Erlös und auf den Gewinn schauen, sondern sagen, wir wollen eine ausbalancierte Strategie haben, in der die Kundensicht, die Mitarbeitendensicht, der Blick auf die Prozesse, aber natürlich auch auf die Finanzierung, ein ausgewogenes Bild ergeben, dann könnten wir jetzt gemeinsam überlegen, wo denn da die entsprechenden Möglichkeiten sind. Und unsere Frage wäre, wo in Ihrer Organisation denn die Schwerpunkte der Digitalisierung liegen? Haben Sie bestimmte Schwerpunkte? Wo sind bei Ihnen Baustellen, wo Sie sagen, ja, das ist für uns im Augenblick der Punkt, wo wir am intensivsten dran arbeiten oder vielleicht auch in verschiedenen Schwerpunkten? Da müssen wir jetzt Frau Göritz bitten, also weil wir sind zwar zu sehen, aber wir können Sie leider nicht sehen. Was soll ich jetzt tun? Einfach mal vielleicht einzelne Teilnehmende gucken, ob sich da welche melden oder... Nein, hat sich bis jetzt keiner gemeldet. Machen wir nochmal Werbung für die Frage, wo liegen denn Ihre Schwerpunkte beim Thema Digitalisierung? Oder sagen Sie, das wird bei uns noch gar nicht behandelt? Wir haben gar keine Schwerpunkte, weil es niemand macht. Das würde uns mal kurz interessieren, weil das ein wichtiger Punkt ist für unser Thema Digital Readiness. Es geht ja erstmal darum, ob das Thema überhaupt wahrgenommen wird in seiner Bedeutung. Also das können Sie beantworten mit Ja oder Nein, würde uns interessieren. Und falls ein Ja da ist, würde es uns interessieren, woran Sie denn gerade arbeiten? Gibt es vielleicht ein Projekt, das Ihnen bekannt ist in Ihrer Einrichtung, das gerade gemacht wird zum Thema Digitalisierung? Oder haben die die oberste Leitung zum Beispiel, haben die irgendeinen Schwerpunkt herauskristallisiert und gesagt, da wollen wir unbedingt was machen? Wie sieht es da bei Ihnen aus? Also ich bekomme hier gerade eine Antwort rein. Das Dokumentenmanagement. Sehr gut. Ein Klassiker. Am Freta kannst du auch viel sagen. Gibt es noch andere Bereiche? Ja, wir können ja in der Zwischenzeit zum Dokumentenmanagement schon mal was sagen. Das ist, glaube ich, eine klassische Sicht aus der Prozesssicht. Ja, wir sind verpflichtet zu dokumentieren. Man könnte es natürlich auch in andere Sichtweisen hier reinnehmen, aber das sind meistens so Prozessdigitalisierungen, dass zum Beispiel nicht mehr händisch dokumentiert wird, sondern eine Software angeschafft wird, über die es dann gemacht wird. Also so Prozessdigitalisierungen gibt es zuhauf. Ein anderes Beispiel wären die Urlaubsanträge oder Krankmeldungen, die dann nicht mehr mit mehreren Durchschlägen und Scheinen abgegeben werden, sondern durch einen digitalen Workflow. So ist dann der Fachbegriff. Und bei der Dokumentation ist es ähnlich. Gibt es noch weitere Meldungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, also wir wollen jetzt auch niemanden bedrängen, dann würde ich vorschlagen, dass wir auf die nächste Folie gehen und du vielleicht dazu was sagst, Mathias. Ja, also wir haben in der Johannesdiakonie vor einigen Jahren eigentlich angefangen, das Thema Digitalisierung durchaus sehr ernst zu nehmen und so wie es der Herr Weiser gerade gesagt hat, zu schauen, was gibt es denn da für verschiedene Sichtweisen auf das Thema. Und bei der Kundensicht haben wir dann verschiedene Punkte herausgefiltert, wo wir sagen als Unternehmen, hier möchten wir einen Beitrag leisten. Digitale Teilhabe, vorhin haben Sie eine Abbildung gesehen, wo deutlich wird, dass die allermeisten Menschen hierzulande sehr stark den digitalen Raum nutzen. Und da geht es natürlich darum, für uns in solchen Räumen auch Inklusion zu gestalten oder Exklusion zu verhindern, Teilhabemöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten anzubieten, dass sich Menschen begegnen können, auch im virtuellen Raum. Ich denke, da hat jeder so seine Geschichten, die man dazu erzählen könnte und kennt, ist für uns ein wichtiges Thema, weil da auch Geschäftsmodelle dahinter liegen können. Das hat dann wieder eine Verknüpfung zur Finanzsicht. Darf ich das mal ergänzen? Ja. Dann würde ich gerade diesen Aspekt mal konkretisieren. Wir haben festgestellt, allerdings schon lange vor der Pandemie, dass es zunehmend Kinder und Jugendliche gibt, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie betreut werden. Zum Teil, diese Unterbrechungen bedeuten dann, neben therapeutischen Hilfen, aber auch eben ein Rausnehmen aus diesen Sozialräumen, vor allem aus der Schule. Oft sind diese Unterbrechungen auch mit einem Schulabsentismus verbunden, das heißt mit Schulverweigerung oder mit Schulangst. Und wir haben, und das ist jetzt das, was Herr Holler sagte, wir haben also dieses Angebot Digitalisierung jetzt verknüpft und sagen, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Lehrerinnen und Lehrer oder Sozialpädagoginnen und wir bieten über ein Produkt, wir nennen es Online-Lernen weltweit, gerade für solche Kinder und Jugendliche, wo die Gefahr besteht, dass die aus schulischen Bezügen ganz rausfallen, ein Online-Lernen statt, bieten wir das an. Und zwar in der Form, dass eben Pädagogen, so wie wir jetzt auch, allerdings kann man sich dann gegenseitig sehen, dass Pädagogen dort Unterricht anbieten. Und wir haben in einigen Fällen jetzt schon gemerkt, dass dieses Online-Angebot dann eben wieder eine Brücke ist, zurück in die Normalität. Ich würde mal ein anderes Beispiel noch nennen. Bei der Mitarbeitenden-Sicht sehen Sie auf der Folie das Thema Fluch und Segen. Wir wissen natürlich, dass viele Fachkräfte, auch Führungskräfte, sehr großen Respekt, teilweise Angst vor dem Thema Digitalisierung haben. Werde ich jetzt hier ersetzt oder werde ich entlassen vielleicht sogar, anstatt dass eine Entlastung stattfindet? Das sind alles Zusatzaufwände. Solche Themen gibt es natürlich. Andererseits ist auch eine Hoffnung, die mitschwingt, wo es heißt, kann man hier vielleicht etwas effizienter machen? Kann ich auch mal von zu Hause was arbeiten? Eine Dokumentation schreiben? Bleiben wir mal bei Ihrem Beispiel. Also da sind Hoffnungen mit verbunden und auch Ängste. Und sich das klar zu machen, dass natürlich auch eine Mitarbeitenden-Sicht bei einem Thema wie Digitalisierung eine Rolle spielt, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Vorgehensweise. Da kann man auch mit Empathie und anderweitigen sozial-emotionalen Kompetenzen sicherlich einiges machen. Man muss das Thema aber überhaupt erst mal wahrnehmen. Zur Prozesssicht haben wir einiges gesagt. Natürlich gibt es auch noch eine Finanzsicht. Ein Zitat werden Sie aus Ihrem Berufsalltag nicht kennen. Und es wird so sein, dass Ihre Vorstände oder Geschäftsführungen sagen, ach, wissen Sie, wir haben so viel Geld, wir kaufen jetzt einfach mal 1.000 Tablets. Und wenn wir die dann doch nicht brauchen, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir verdienen ja genug. Sie kennen die Entgelt-Sätze, die wir haben. Wir müssen natürlich auch bei so einem Thema wie die Digitalisierung, wo es normalerweise keine Regelfinanzierung gibt oder Refinanzierung, schauen, dass wir da schon auch gute Dinge machen und gezielt Dinge machen mit diesem Thema, weil wir jetzt nicht mit der Schrotflinte das Thema bearbeiten können. Also es gibt verschiedene Sichtweisen auf Digitalisierung. Hier sind vier genannt mit Beispielen. So kann man an das Thema rangehen, was eine Voraussetzung ist für das Thema Digital Readiness, bereit sein für den digitalen Wandel, heißt, diese Themen überhaupt erst mal auf den Schirm zu bekommen und wahrzunehmen. Damit ist keine Handlung verbunden, aber das Wahrnehmen ist der erste Schritt. Manfred. Eine kleine Ergänzung, weil gerade bei Finanzen, natürlich sind die Infrastrukturen, allein wenn ich daran denke, also WLAN für unsere Teilnehmenden, für unsere Azubis zu schaffen, das kostet Geld und zwar dauerhaft. Aber, und da wollten wir Sie auch ermutigen, Digitalisierung ist natürlich wirklich auch ein großes Geschäft, an dem auch wir als Sozialwirtschaft partizipieren können und wir sollten auch da den Blick öffnen, auch das heißt ready, das heißt bereit zu sein, den Blick öffnen, wo es Geschäftsmodelle gibt, wo wir unsere Leistungen anbieten können oder wo wir unsere Leistungen auch ein Stück weit digitalisieren können, mit denen wir dann auch wieder das Geld verdienen, mit denen wir diese Infrastrukturen schaffen. Gut. Wir wissen auch, dass natürlich in unserer Branche es unheimlich viele Beteiligte gibt, die von dem Thema Digitalisierung überhaupt erst betroffen sind. Und wir sind ja in der Branche tätig, wo es sehr stark um die Menschen geht, um die Verschiedenheit von Menschen und auch das müssen wir in den Blick bringen. Wir haben natürlich zu tun mit leistungsberechtigten Personen, die Dienstleistungen bei uns nachfragen. Die Frage ist, was haben die in unserem Kontext mit Digitalisierung zu tun? Der Herr Weiser hat gerade das Beispiel Online-Lernen weltweit angesprochen. Also sich da hinein zu versetzen, was Möglichkeiten wären, was Geschäftsmodelle wären im Rahmen der Digitalisierung für und mit diesen Personen ist sehr, sehr wichtig. Wir haben aber auch Konkurrentinnen und Konkurrenten oder Kooperationspartnerinnen und Partner, also andere Leistungserbringende. Wir haben mit Leistungsträgern und Kostenträgern zu tun. Manchmal gibt es da Medienbrüche. Wir nutzen PDFs. Ein Landratsamt darf aber aus Datenschutzgründen keine PDFs nutzen. Als Beispiel jetzt. Ist jetzt nicht bei uns der Realität entsprechend, aber solche Themen gibt es. Das heißt, wenn man in unserer Branche den Kontext beachtet und weiß, wir haben viele verschiedene Stakeholder, also Personen oder Gruppierungen, die ein Interesse daran haben, wie es bei uns vorangeht, dann müssen wir auch sagen, dass die alle auch in ihrer eigenen Art und Weise vom Thema Digitalisierung betroffen sind. Und auch das gilt es in den Blick zu nehmen. Sie könnten jetzt sagen, oh, das ist ganz schön viel. Die erzählen uns hier von verschiedenen Sichtweisen auf Digitalisierung. Jetzt sehen wir auch noch, das gibt unheimlich viele Betroffene. Wir sagen, das ist nicht kompliziert, sondern wir haben viele verschiedene Anknüpfungspunkte, wo wir das Thema Digitalisierung spielen können. Damit alle mit und vorkommen. Das war eigentlich dieser Ansatz, den Herr Roller gerade nochmal betont hat. Das heißt, durch diese verschiedenen Anknüpfungspunkte haben wir auch große Chancen. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir jetzt überall gleichzeitig vorangehen. Das wäre eine absolute Überforderung, sondern dieser differenzierte Blick soll eigentlich dazu beitragen, dass wir den Faden finden, an dem wir dieses Knäuel dann etwas entwehren können. Das heißt, auch jetzt, wenn Sie diese verschiedenen Themen, diese verschiedenen Dimensionen sehen, dessen, was eben Digitalisierung ausmacht, wo wir auch dann sagen, natürlich, wenn das ein Thema von Digitalisierung ist, dann müssen wir auch schauen, bei dem Thema Digital Readiness, dass wir das mit in den Blick kriegen. Es bedeutet nicht, dass man alle Aufgaben gleichzeitig angeht. Also da würden wir sogar sehr davor warnen, sondern wichtig ist eine Fokussierung, eine Konzentration auf bestimmte Themen, die man gut abarbeiten kann, und zwar vor dem Hintergrund seiner individuellen, aber auch seiner organisationalen Ressourcen. Und da, wenn man also da den Anspruch hat, quasi morgen die Welt neu zu erschaffen, dann, das wäre also jetzt mal, glaube ich, keine große Profitie, wird man scheitern, sondern da ist es wichtig, einen sehr strukturierten Prozess zu entwickeln, in dem dann nach und nach natürlich auch die Mitarbeitenden einbezogen werden, die Organisation einbezogen wird, die entsprechende Infrastruktur aufgebaut wird, aber Schritt für Schritt. Und insofern, also sagen wir, der Blick, diese Fokussierung kann durch dieses Konzept des Digital Readiness erfolgen, das Ihnen jetzt zunächst, wo wir so ein paar Sätze oder ein paar Hinweise dazu geben wollen. Genau, also wir sagen, damit alle mit und vorkommen bei dem Thema Digitalisierung, braucht es eine gut ausgeprägte Digital Readiness in einer Organisation und bei den Menschen, die bei dieser Organisation arbeiten. Wie bereit sind die also für den digitalen Wandel? Das ist die Grundaussage der Digital Readiness. Bereit heißt, man hat sich darauf vorbereitet oder man bereitet sich darauf vor, wie der digitale Wandel in einem Unternehmen oder für eine berufliche Position selbst gestaltet werden kann. Und wir folgen da einem Dreiklang, denn es gibt eigentlich drei Grundprobleme bei dem Digitalisierung, die wir aus unserer Erfahrung berichten können. Erstens, es gibt manchmal Personen, die sagen, ich habe da gar keine Lust drauf. Ich bin aus einem ganz anderen Grund in die Sozialwirtschaft oder Gesundheitswirtschaft hereingerutscht. Dieses Digitale ist nicht meine Welt. Ich bin es gewohnt, mit Menschen direkt zu arbeiten. Da brauche ich keinen PC dazu. Also da ist sicherlich sozusagen eine Grundhaltung angesprochen. Grundsätze, die man so verfolgt. Im Englischen heißt es ganze Mindset. Das ist ein Bestandteil der Readiness, weil ich natürlich sagen kann, ich bin bereit, von meiner Grundhaltung her damit zu machen oder ich bin es nicht. Eine zweite Thematik, die immer wieder vorkommt, meines Erachtens ein unfassbar wichtiges Konstrukt, ist, dass es Aussagen gibt, wie, also ich würde ja gerne mit dem PC arbeiten. Ich verstehe, damit geht etwas schneller oder mir ist klar, dass ich digitale Assistenz anbieten sollte. Aber ganz ehrlich, ich bin so Arbeiten mit PC oder Handy oder Tablet gar nicht gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie man das anschaltet, wie man die Software bedient, wie man etwas ausfüllt in einem Dokument und, und, und. Ich habe da einfach Respekt vor. Mir hat es nie jemand beigebracht. Als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, war das nie Thema. Das ist eine Frage der Fähigkeiten und Kompetenzen im Englischen der Skills. Also ist auch hier Readiness ein Aspekt in diesem Dreiklang, den wir sehen. Gibt es überhaupt in einem Unternehmen, einer Organisation oder bei den Personen, die dort arbeiten, die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen, dass überhaupt mit digitalen Technologien gearbeitet werden kann? Die dritte Frage, sagen wir mal, es gibt Personen, die sagen, ich möchte gerne mit digitalen Technologien arbeiten und ich kann es auch, ich bin gerade gewechselt von einem anderen Träger hierher, aber ganz ehrlich, ihr habt diese ganzen Tools ja gar nicht. Hier gibt es ja gar keine Software, mit der man digital dokumentieren kann, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Das ist eine Frage des sogenannten Toolsets, auch wieder aus dem Englischen, beziehungsweise der Werkzeuge und Instrumente, die einem zur Verfügung stehen oder einer Person zur Verfügung stehen, um den digitalen Wandel überhaupt zu begleiten, also Hardware und Software. Das sind also digitale Tools oder Apps. Das ist natürlich was, was wir heutzutage sehr stark kennen, auch aus dem privaten Bereich. Das muss natürlich auch vorhanden sein. Und wenn ich ein ausgeprägtes Mindset habe, Skillset und Toolset, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass ich bereit bin für den digitalen Wandel und ihn sehr positiv gestalten kann. Hier bekomme ich gerade eine Frage, aber wie mache ich das? Wie kann ich die Haltungen der Leute oder dieses Mindset überhaupt erreichen? Das ist eine sehr gute Frage. Da will ich vielleicht mal aus Leitungssicht ein kleines Beispiel geben. Wir waren Anfang März letzten Jahres vor der Situation, dass wir ja alle plötzlich vom Lockdown betroffen waren. Wir haben jetzt denke ich mal sehr konkret an unsere Mitarbeiterinnen in der Cafeteria, die auch Auszubildende haben, sehr engagierte Frauen, aber was jetzt dieses Skillset angeht, konnten sie also keine Videokonferenzen einrichten oder das, was wir auch dann, was wir auch nach und nach entwickelt haben und zur Verfügung gestellt haben, konnten sie nicht nutzen. Sie haben trotzdem Kontakt gehalten zu ihren Auszubildenden, haben telefoniert, haben super Ideen entwickelt, wie man auch im Home-Learning diese hauswirtschaftlichen Fähigkeiten entwickeln kann und ich habe sie dann gefragt, ja, warum nutzen sie denn zum Beispiel diese Zoom oder Teams als Videokonferenzsystem? Das wäre doch dann, da haben sie nochmal einen direkteren Kontakt zu den Auszubildenden und ich weiß, wie wichtig ihnen, habe ich gesagt, das ist auch so, wie wichtig ihnen dieser direkte Kontakt ist. Dann sagten sie, ja, das ist doch so kompliziert und ich habe dann gesagt, eigentlich, wie so oft, wenn man es kann, ist es nicht mehr kompliziert. Aber wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann ja. Und wir haben dann innerhalb der Mitarbeiterschaft, also wir haben auch eine IT-Ausbildung und der IT-Ausbilder hat sich dann mal eine halbe Stunde Zeit genommen, um mit den Frauen, es sind vier Frauen, die da tätig sind, mit den Frauen dieses ganz konkret einfach mal zu sagen, so, was brauche ich, was muss ich machen, um so eine Videokonferenz-Einladung zu organisieren, was muss ich machen, um überhaupt den Link zu generieren und dann haben die sich, also es war eine halbe Stunde Zeit und dann habe ich gesehen, dass die diese Tools eingesetzt haben. Das heißt, meines Erachtens bei den Mitarbeitenden, die würde ich jetzt auch sagen, das ist so, wie Herr Roller sagt, die wollen ihre Tätigkeit machen, weil sie gerne mit Auszubildenden arbeiten. Und dahinter steckt aber dieser Wunsch, eben auch den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen. Und deswegen sind die auch bereit, mit Unterstützung sich diese Fähigkeiten anzueignen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es wichtig ist, die konkreten Bedarfe zu erkennen und auch zu überlegen, so wie es Herr Roller vorhin gesagt hat, was sind denn die Hintergründe, warum ist denn jemand in der Sozialwirtschaft tätig? Und da spielt dieses Hilfsmoment oder auch eben diese Frage Teilhabe bei den allermeisten Mitarbeitern eine ganz große Rolle. Und das war der Ansatzpunkt, zusammen mit dieser konkreten Unterstützung zu sagen, eigentlich, natürlich, ihr wollt doch helfen und wenn die Digitalisierung hilft, dann kriegen wir das hin. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo wahrscheinlich die Frauen, wenn man sich fragt hat, wie ist eure Haltung dazu, erst mal gesagt hat, nö, wollen wir nicht oder können wir nicht. Wo aber dann in der Konkretion und auch in dieser gegenseitigen kollegialen Unterstützung es möglich war, relativ einfache Wege zu behandeln. Welche Rolle spielt da für Sie die zeitliche Komponente? Also wenn ich jetzt einfach mal darüber nachdenke, was in den ersten Monaten an Systemen auf uns zugekommen ist und wie viele Möglichkeiten es plötzlich gab, das kann ja für den einen oder anderen auch schon durchaus verwirrend sein. Genau. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben, weil nicht alle Möglichkeiten, also wenn ich mein eigenes Handy sehe, ich bin ein sehr starker Befürworter von E-Learning, aber wenn ich sehe, welche Möglichkeiten ich in verschiedenen Plattformen habe, die nutze ich nicht, auch da gilt es zu fokussieren. Wir sollten nicht den Anspruch haben, IT-Experten zu werden, sondern wir nutzen die Tools und da gehört dann auch meines Erachtens Führungsverantwortung dazu, dass man nicht sagt, ja hier habt ihr jetzt 20 Möglichkeiten, arbeitet euch da ein und dann werdet ihr Experten, sondern auf diese konkreten Arbeitsnotwendigkeiten hin. Da müssen die Tools und die entsprechenden Funktionen ausgewählt werden und dann ist es auch zeitlich überschaubar. Wenn ich den Anspruch habe, so eine App umfassend zu beherrschen, dann bin ich überfordert. Dann spielt es wahrscheinlich auch eine Rolle, wie wichtig sind da intuitive Systeme? Absolut, ja. Das ist natürlich dann, das wäre der Königsweg, den wir aber nicht immer haben und deswegen ist es manchmal eben auch so eine Frage, meines Erachtens auch von Leitung, von Führung zu sagen, also ich erwarte nicht, dass ihr euch jetzt in Moodle oder in Ilias, also entsprechende Lernplattformen, umfassend einarbeitet, sondern sagt mir, was ihr braucht und ich überlege mit Experten, wie wir euch das vermitteln können. Und das ist dann, das heißt aber auch gleichzeitig, dass dieser partizipative Ansatz, der auch, dass der eben auch in der Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt ist. Kann ich nur bestätigen, also diese Grundangst, die teilweise vorherrscht ist, muss ich da was programmieren können, damit ich das überhaupt schaffe. Und genau das ist es nicht. Das ist nicht die Digitalisierung, die wir vorantreiben wollen in der Sozialwirtschaft. Wir wollen in die Anwendung kommen und in die Anwendung kommen wir, weil wir bestimmte Inhalte definieren, wo wir sagen, da kann uns Digitalisierung helfen. Das programmieren dann andere und ich bin darauf angewiesen, vielleicht auch als Führungskraft, ein System zu finden, das intuitiv ist, das benutzerfreundlich ist, damit das auch gut in die Anwendung kommt. Was haben wir alle? Wahrscheinlich Programme bei uns in den Einrichtungen, die fast keiner mehr benutzt, weil die einfach nicht benutzerfreundlich sind. Und das ist schade, vor allem, weil das auch viel Geld kostet, das wahrscheinlich woanders besser aufgehoben wäre. Und dann heißt vielleicht lieber vier helfende Hände mehr als jetzt ein Computerprogramm. Gut, vielleicht noch eine konkrete Anmerkung zu der Frage, wie schaffe ich es, dieses Mindset, ich will da mal von dem Fehler berichten, den ich da gemacht habe. Ich habe zwei Mitarbeitende gehabt, da war auch das Mindset erst mal, ich sage mal defensiv, jetzt nicht nur ablehnend, nicht unbedingt ablehnend, aber zumindest mal defensiv. Und da haben wir ein kleines Rollenspiel gemacht. Also zweimal waren eine Person und ich und dann nochmal eine andere Mitarbeitende und ich. Und einmal hat es gut geklappt und einmal nicht so gut. Ich habe dann gesagt, überzeugen Sie mich mal, dass ich mit digitalen Technologien arbeiten muss. Also sozusagen die Rolle ausgetauscht, dass ich nicht als Führungskraft die andere Person überzeuge, sondern umgekehrt. Und einmal hat es ganz toll gewirkt bei einer Person, die dann realisiert hat, ja stimmt, okay, wenn ich mich schon in diese Rolle zwangsweise reinversetzen muss, dann denke ich auch anders darüber nach. Und dann kam so langsam das Verständnis. Und bei der anderen Person ist es total in die Hose gegangen. Was ich damit sagen will, da gibt es keinen Weg der Garantie, dass man so eine Veränderung perfekt steuert und den Königsweg hat. Aber es gibt verschiedene Moderationsprozesse, Führungsprozesse und so weiter, die man anwenden kann, um hier Ideen einzupflanzen. Und vorzunehmen. Ohne, dass es jetzt eine Garantie ist für einen Erfolg. Aber das Wichtige ist, dass man als Führungskraft hier aktiv bleibt und auch meines Erachtens durchaus was einfordert. Ich fordere von meinen Mitarbeitenden eben nicht ein, dass die alles programmieren müssen und so weiter. Aber dass jeder mit Outlook zurechtkommt, das fordere ich ein. Das gehört für mich auch zum Mindset dazu, dass da eine Bereitschaft dafür da ist und eine Grundhaltung, dass das förderlich ist für den Arbeitsalltag. Und das macht man, also es ist auch für uns überhaupt kein Thema. Das versteht auch jeder. so ein global Mindset, das eine Grundvoraussetzung geschaffen ist. Manfred, Entschuldigung. Nö, war alles. Ich glaube, dass es, wenn wir in der Sozialwirtschaft, in der Gesundheitsbranche arbeiten und wenn wir diesen Aspekt der Teilhabe, wenn der für uns zentral ist und das ist es ja, dann muss auch diese Offenheit da sein, selber weiterzulernen. Das ist also, Sie sehen ja auch, dass Herr Holler und ich sind jetzt auch nicht, gehören auch nicht der gleichen Generation an, aber ich glaube, diese Frage Offenheit im Lernen, das ist bei uns beiden da, auch wenn ich mich häufiger mal an Herrn Holler wenden muss, wenn es dann um konkrete technologische Fragen geht. Ja, ist ja keine Einbahnstraße. Das geht mir genauso. Gut. Ja, und Mindset, Manfred? Ja, ich glaube, das hat sich auch durch diese Fragen und durch die Diskussion schon ergeben, also Mindset. Natürlich ist es auch eine Führungsaufgabe, Frage, Anforderungen, aber es ist auch eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Wir können nicht Haltungen mechanisch verändern, sondern wir können einladen, wir können Anknüpfungspunkte finden und ich glaube, dass es dann auch eine vernünftige Entwicklung in den Einrichtungen gibt. Ja, und ansonsten war das, glaube ich, selbst erläuternd. auch hier nur eine kurze Bemerkung. Es gibt, um Digital Readiness festzustellen, gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte und Instrumente. Es gibt von verschiedenen Beratungsfirmen unterschiedliche Möglichkeiten, auch diese Bereitschaft, beziehungsweise auch den Reifegrad der Entwicklung einer Organisation im Hinblick auf Digitalisierung zu prüfen und festzustellen. Und wir würden Ihnen nachher noch mal einen vorstellen, wo wir eben sagen, damit kann man vielleicht auch sehr einfach und sehr schnell mal so eine Grobeinschätzung vornehmen. Der Hinweis hier noch als Ergänzung, es gibt unheimlich viele Beratungsfirmen, die sagen, wir kommen zu Ihnen und stellen Ihren digitalen Reifegrad fest und lassen sich das natürlich auch entsprechend bezahlen. Das sind aber allerdings nur Annäherungswerte. Also man muss wirklich schauen, woran wollen wir das festmachen, damit wir bereit sind. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Also seien Sie vorsichtig da. Das ist sinnvoll. Also ich finde es sehr sinnvoll, sich da Faktoren zu überlegen. Aber man braucht nicht unbedingt da externe Beratungen. Gut. Und hier würden wir gerne noch mal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich glaube, wir haben, wenn Sie sich das einfach mal kurz angucken, diesen Dreiklang der Digital Readiness mit den Oberthemen Mindset, Skillset und Toolset. Ich glaube, das haben wir schon hinreichend erläutert. Und wir würden gerne noch mal mit Ihnen ins Gespräch gehen, wenn Sie einverstanden sind. Eben war ja schon die Frage, wie kann man denn Haltungen verändern? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, nicht nur im Hinblick auf Digitalisierungen. Und wir würden gerne, auch da sind Sie wieder eingeladen, vielleicht im Chat oder sich kurz zu äußern, welche Haltungen denn aus Ihrer Sicht entscheidend sind, um diese Bereitschaft für die Digitalisierung, für den digitalen Wandel, um die zu befördern. Müsste Frau Göritz wieder? Ja, die Frau Göritz wartet noch, aber Frau Göritz fragt jetzt einfach mal selber. Also ich denke, wenn man so ein Unternehmen hat, dann gibt es ja so ungefähr so viele Haltungen, wie es auch Mitarbeiter gibt, könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man, also kann man das tatsächlich so sagen, ist man bereit für den digitalen Wandel? Weil jeder versteht ja auch darunter was anderes. Also der eine sagt, ich kriege eine PDF, um Himmels Willen, jetzt wird es digital. Und der nächste sagt, Big Blue Button, Teams, Zoom, Webex ist alles kein Problem für mich, mache ich alles mit Links. Also ich sage mal, man muss ja auch die Leute tatsächlich an der richtigen Stelle abholen. Oder verstehe ich Sie da falsch? Nein, das ist absolut richtig. Die Frage ist insofern, also natürlich gibt es sehr, sehr unterschiedliche Haltungen, es gibt sehr unterschiedliche Kompetenzen in dem Bereich. Ich glaube, also ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, wenn Sie einverstanden sind, mit den Hauswirtschaftsausbilderinnen. Das sind sicher keine IT-Leute. Und wenn man die fragen würde, wie steht ihr denn zur Digitalisierung, hätten Sie wahrscheinlich eher ein bisschen das Gesicht verzogen, weil das nicht so ihr Hauptding ist. Aber unter dem Aspekt, wir wollen für unsere Auszubildende, wollen wir die bestmögliche Ausbildung. Wir wollen weiterhin in Kontakt bleiben. Wir wollen nicht, dass die jetzt, nur weil wir es nicht können, dass die Nachteile haben. Das sind ja Haltungen, die das eigene Professionsverständnis berühren und wollen die dann sagen, na gut, also dann, wenn wir mit diesen Digitalisierten oder mit der Möglichkeit, die uns jetzt die Digitalisierung bereitstellen, wenn wir damit unser Grundanliegen verbessern können, dann sind wir auch bereit, uns da schulen zu lassen. Vor allem, wenn wir dann noch auch die Unterstützung kriegen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir diese Frage der Haltungen auch etwas mit dem professionellen Selbstverständnis und Grundverständnis zu tun haben. Ja. Darüber hinaus, es gibt ja verschiedene Instrumente in Organisationen, wo solche Haltungen beschrieben sind. Sie kennen wahrscheinlich alle, weil Sie selber haben, sowas wie ein Unternehmensleitbild, ja, wenn viele von Ihnen haben oder eine Unternehmenspolitik, eine Unternehmensphilosophie, eine Vision, eine Mission. Solche Begriffe haben wir und auch dort werden Grundhaltungen, Prinzipien festgelegt als ein Korridor, wie man es sein sollte oder möchte, unabhängig davon, dass das Zustände sind, die man nie immer perfekt erreicht. Aber es ist eine gemeinsame Ausrichtung. Und genau das kann man nicht nur für ein Gesamtunternehmen gestalten, sondern es gibt auch Instrumente wie digitale Visionen, digitale Leitbilder. Für uns ist das ja eine sehr wichtige Frage. Wir können ja sehr viel digitalisieren. Das kennen Sie aus den Medien, was nicht alles digital möglich ist. Aber wir wollen sicherlich nicht alles digitalisieren. So, und da, das ist so ein Feld, in dem sieht man schon relativ gut, was am Mindset auch wichtig ist für das Thema Digitalisierung. Darüber hinaus sind es natürlich so Klassiker. Das ist ja das, was wir einfordern. Natürlich muss jetzt nicht jeder Informatiker werden oder Informatikerin. Aber wir erwarten, dass, wenn wir eine Software einführen, wir besprechen vorher, was die verbessern soll. Im besten Fall kommt der Impuls auch aus der Mitarbeiterschaft, dass da erstmal eine Offenheit gegenüber des Systems da ist, um zu sagen, ich probiere es jetzt erstmal aus, bevor ich gleich meckere. Also so Offenheit, Mut, das sind so die Klassiker, die man beim Mindset da durchaus auch einfordern kann und einfordern sollte. Innovationsbereitschaft, das, was der Weiser auch ein Stück weit meint. Verbesserung für das Eigentliche. Diese Themen, die sind schon relevant. Aber ich glaube, wichtig ist dann auch eine gute Fehlerkultur. Also ich glaube, wichtig ist dann auch, dass man dem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, auch mal Fehler zu machen. Weil ich glaube, das ist bei vielen Leuten, vielleicht auch gerade in meiner Generation, aber die Angst, dass man Fehler macht. Und dass man dann als schnell, möglicherweise als inkompetent wahrgenommen wird, obwohl man einfach vielleicht mit manchen Dingen, ja, dass es einfach länger dauert, bis man das so verstanden hat, was eigentlich der Computer da von einem will, so will ich es mal sagen. Also das, glaube ich, ist sehr wichtig. Frau Köritz, es ist ja gut, wenn wir jetzt auf Distanz sind, weil jetzt würde ich Ihnen einfach mal so einen Handkuss zuschmeißen. Weil ich finde, das ist ein... Martin, würdest du mal wieder weitergehen auf den Folien? Gerade das, was Sie eben gesagt haben, das haben wir auch, sehen wir ja hundertprozentig genauso. Und das ist auch eine Frage, vielleicht vorhin kam ja aus dem Publikum die Frage, wie kann man Haltungen verändern? Wir brauchen eine Kultur, eine Betriebskultur, wo eben Fehler dazugehören. Also wir wollen keine Fehler machen, aber wenn es passiert, dann passiert es. Und jetzt sind wir eine diakonische Einrichtung. Und ich sage oft, dadurch haben wir es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil bei uns ist keiner unfehlbar. Und jeder macht Fehler. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Also es braucht eine gute Fehlerkultur, eine Offenheit. Und nicht, wenn ich dann einen Fehler mache, dass ich dann irgendwie blamiert werde, dass ich runtergemacht werde, sondern das ist ein Anstoß zum Weiterlernen. Und ich glaube, insofern sind eben auch diese Fragestellungen der Haltungsentwicklung, das ist natürlich eine Frage, wie gehe ich mit mir um? Inwiefern bin ich bereit, meine Haltungen zu ändern, weiterzuentwickeln? Aber es ist auch eine Frage der Betriebskultur und der Betriebsumgebung. Also insofern haben Sie mir voll aus dem Herzen gesprochen. Persönliches Beispiel, als ich angefangen habe vor fünf Jahren und meine Stelle angetreten habe, bei der Johannes Diakonie, wollte ich auch direkt meine Intranet-Seite der Unternehmensentwicklung aktualisieren. Also dachte auch, das kann ich selber. Habe also beim Mindset das Thema Mut, glaube ich, ganz gut ausgeprägt. Allerdings war ein bisschen hybris dabei. Ich hatte nämlich nicht die Skills, genau mit dem Programm meine Intranet-Seite zu verändern und habe die ganz schön verhunzt. Und dann musste ich natürlich auch zu der Person gehen, die das insgesamt koordiniert, unser Intranet. Und habe dann auch gesagt, ja, sorry, also irgendwie habe ich es dann verhunzt und sogar abgespeichert. Also es sieht halt nicht mehr so aus, wie es eigentlich aussehen soll, ganz im Gegenteil. Und da war auch, macht überhaupt nichts, überhaupt kein Problem, ist schwierig. Also höchstes Verständnis für diesen Fehler. Und das hat mit mir natürlich auch was gemacht. Ich darf den Fehler machen, da gab es jetzt keinen Ärger. Man konnte es relativ schnell korrigieren. Und dann war das okay. Das ist für mich ein förderliches Mindset, wo ich auch sage, da kann ich auch mit solchen Entwicklungen natürlich ein Stück weit mitgehen, weil von mir nicht Wunderdinger erwartet werden. Und wenn mal was passiert, ist es auch okay. Ich schlage vor, Martin, dass wir zu dieser Fazit, zu der Fazitfolie kommen. Ja. Und danach, wenn du noch zwei, drei Sätze dazu sagst. Ja, gerne. Also für uns das Fazit, das wäre jetzt auch das Ende unseres Infoteils oder Vortragsteils. Wir können festhalten, Digitalisierung ist ein Megathema, gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich. Auch in der Sozialwirtschaft. Auf verschiedene Arten und Weisen. Wir können es mit verschiedenen Brillen anschauen. Wir haben auch verschiedene Handlungsmöglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Digital Readiness ist eins davon. Bereitschaft für den digitalen Wandel zeigen. Und das herzustellen, geht auch wieder auf verschiedene Arten. Wir können am Mindset arbeiten, am Skillset, am Toolset. Am Ende muss es aber stimmig sein und insgesamt zusammenpassen, weil wenn eines fehlt, wird es nicht funktionieren. Und deswegen sagen wir, gibt es eigentlich nochmal zwei Ebenen, die zu betonen sind beim Thema Digital Readiness. Und zwar einmal, dass eine Organisation insgesamt als ganzes Konstrukt bereit sein muss für den digitalen Wandel. Und alle Organisationsmitglieder, Sie, Herr Weiser, ich, Kolleginnen und Kollegen und, 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 auch nochmal persönlich auf diese Reise gehen und sagen, wie kann ich mich denn selber bereit machen für den digitalen Wandel. Das wäre für uns erstmal die Zusammenfassung unseres Vortragsteils und im zweiten Teil nach der Pause würden wir gerne mit Ihnen daran arbeiten, was das jetzt persönlich für Sie bedeutet. Und da stehen wir und hoffentlich Sie alle auch, die gerade zuhören, zur Verfügung, falls jemand konkret ein Thema zu besprechen hat, dass wir das machen im Sinne von einer kleinen Beratung. Wir begleiten Sie da aber auch mit ein, zwei Arbeitsaufträgen. Ja, da danke ich erstmal, wünsche uns allen eine schöne zehnminütige Pause. Wir sehen uns dann wieder um 15.10 Uhr und ich bin gespannt, was Sie uns dann noch zu erzählen haben. Danke sehr.